Ich, der zukünftige König von Mallorca, ich bin Volksnavi, Volkswagen und ich werde meine Untertanen hier befragen, was sie denn von einem zukünftigen König, Slavik Junge, so erwarten. Denn mit Slavik ist Malle zweimal im Jahr. Hier befinden wir uns vor dem mallorquinischen Rathaus. Oben kann man sehr gut erkennen, dass mehr Holz vor der Hütte hier verbaut wurde, als bei Angela Merkel und Olivia Jones zusammen. Ein Hoch auf das Pfandsystem. Ich bin der Bratan, den jeder mag, sie will die Brüste vergrößert, bin Oberarzt. AMG-Logo am Wunder, hat bei seinem Termin verschoben. Sie schreiben DMs, ich schreibe Strophen, Slavik mit Hoffen. Aufschlatt seinen Nacken, woher das Geld, wenn der Bratan keinen Job hat. Aufschlatt seinen Nacken, Business. Wie Blatt in Mallorca gibt's kein Pfandsystem. Blatt! Aufschlatt seinen Nacken, woher das Geld.